Willkommen zum Seminar Business Smalltalk. Hier erfahren Sie alles zu den Seminarinhalten. Erfolg im Arbeitsleben basiert zu 50% auf Fachkompetenz. Die andere Hälfte hängt von den sogenannten Soft Skills ab. Kommunikation ist ein wesentliches Soft Skill in der Geschäftswelt. Aus diesem Grund wird die Fähigkeit, zwanglos ein Gespräch aufzunehmen und über Alltägliches zu plaudern, im Berufsleben zunehmend wichtiger. Diese Aufwärmphase einer geschäftlichen Unterhaltung schafft Vertrauen und eine gemeinsame Basis, die es erlaubt, besser über berufliche Belange zu sprechen. Durch professionellen Smalltalk zu Beginn einer Unterhaltung gelingt es leichter, die für ein erfolgreiches Gespräch wichtige Beziehungsebene aufzubauen. In diesem Seminar erfahren Sie, was Smalltalk ist und wie man ihn professionell führt. Sie erkennen typische Situationen und lernen, sich auf verschiedene Gesprächspartner schnell einzustellen. Nutzen Sie unser Expertenwissen für Ihr Weiterkommen. Buchen Sie Ihr Seminar einfach online unter ifm-business.de oder lassen Sie sich beraten. Wissen bewegt!